Haben wir das überhaupt schon gemacht? Herr Kirchenmaus, wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Bestens. Doch wenn ich auf der Kokospalminsel den wohlverdienten Ruhestand gedieße, soll Junior keine Sorgen haben. Mit dieser Show hat er ein zweites Standbein, neben dem Handel mit Dingen, Sachen und Zeugs. Okay. Ja, ist ein Achievement, okay. Ja gut, dann Hals- und Beinbruch. Hals- und Beinbruch. Ich muss weiter. Hals- und Beinbruch? Soll das etwa lustig sein? Was für seltsame Kinder manche Eltern haben. Nicht wahr, Junior? Genau. Ich mag Junior. Also, wie oft muss man den Käfer anklicken? 300. Ist toll. Sieht aus wie ein Stillleben. So, Bretter, die die Welt bedeuten. Ja, und wie komm ich? Kirchenmaus Junior? Roter Igel? Haben wir das schon gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Mistverdammter. So, gehen wir mal weiter. Ich geh mal da rein. So, guten Tag. Steinstele. Achso, ja. Ich brauche ja den... Ich muss ja den Zauber machen, ne? Warte mal. Fails flüstern. Alle Tropfen sind zurück? Aber warum ist es eine Schande, dieses Bild zu tragen? Ich schau mir das mal an. Es formt sich ein Bild. Die Stähle gibt mir Geheimnispreis. Das ist ein Junge. So alt wie ich. Und der Lehrer? Es gab jemanden vor dir. Vor mir? Hm. Was? Wer ist das? Er ist der Verband. Der letzte Schüler des Marquis de Hoto. Was? Hallo? Dein Lehrer darf nicht davon erfahren. Auch nicht. Ah. Was bedeutet das denn jetzt? Hallo? Herr alter Magier? Keine Antwort. Wieso wurde denn das Bild eines Schülers des Marquis aus dem Raum verbannt? Und wieso der letzte? Ich bin doch der letzte. Zumindest im Moment. Ich bin doch der letzte. Hatten wir das schon gesehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich mein ich weiß natürlich davon und äh. Aber das macht ja nichts. Ich äh. Hatten wir das schon gesehen? Ich weiß es nicht mehr. So, ich geh da mal rein. So, Maki. Sag mal, du alter Kumpel. Ähm, ja. Ich kann trotzdem nicht wirklich viel mehr mit ihm sprechen. Und er hilft mir auch nicht unbedingt weiter. Ja, tschüss. Ja, quatsch mich dann halt nicht so viel zu. Alter Magier. Ähm, okay, bis später. Pass auf dich auf, junger Baumläufer. Okay, tschüss. Ähm, ja. Ich bin momentan... vielleicht ein ganz kleines bisschen überfragt. Ich hätte nicht so lange nicht spielen sollen. Oder ich hätte jetzt momentan vielleicht ein wenig nicht spielen sollen. So, was haben wir denn da überhaupt alles? Scharfer Wurfanker. Wurfanker. Der scharfe Wurfanker. Ein Stock. Mysteriöse Nachricht. Der Nagel. Blausaftaufkleber. Indischer Weißer Pfeffer. Kizunis Goldenes Glöckchen. Keine Ahnung, was ich damit mache. Mit Kizunis Glöckchen konnten wir Portale öffnen. War das so? Ach, verdammt. Ähm. Warum eigentlich? Moment. Eins von den Posthörnern, mit denen man Plato rufen kann. Ja. Ich frage mich, wie ich habe. Ja, 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 ja. Halt doch die Klappe. So, ich reiße Plato jetzt weg von seinem Date mit der netten Maus. So, guten Tag. Hi. Ja, puh, ähm, Radiostation will ich nicht. Ich habe ein paar Nächten von einem seltsamen Baum geträumt. Er stand auf einer nebligen Lichtung. Aha. Okay. Da war auch eine Krähe. Mhm. Erzähl mir mehr. Aber sie war ganz nett und wir haben uns gut unterhalten. Ach, sag bloß. Was für ein seltsamer Traum. Mhm. Schon relativ sehr seltsam. So, ich... Auf geht's. Halt dich fest, Jerry. Ja. Bis später. Tschüss. Hi. So, ähm, warte mal. Kann ich mit dem Glöckchen... Da passe ich besser gut drauf auf. Nö, kann ich nicht. Ach, ich... Ich bin ein Idiot. Die haben hier eine tote Pflanze, wollen Blumensamen haben und, äh... Ist ja nicht so, dass ich eines Blumenzaubers mächtig wäre. Nichts. Da ist wohl nichts, was wachsen will. Wieso nicht? Nichts. Da ist wohl nichts, was wachsen will. Okay. Dann... Pfeffern wir das doch mal. Das braucht keine Bitte. Okay, dann... Hagebutten. Hagebutten sind... Ja. Wohey. Juhu. Äh. Okay. Okay. Noch alles. Kann ich denn... Die Nachtfalterpriesterin... Nein. Vorsichtig mit dem Ding. Okay, ich kann sie nicht töten. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Sternenkarte. Ja, ich weiß ja, wo der Baum ist. Der ist hier. Aber ich weiß nicht, wie ich das Portal öffnen soll. Becher mit Aufdruck. Leeres Ball. Blausaftfässchen. Scharfer Wurfanker. Schwindelerregender Abgrund. Flügele Statue. Das ist doch... Ein Flachsbüschel. Ein Flachsbüschelflachs. Vielleicht ein Staubwedel. Ich leih mir den mal aus. Ein Staubwedel. Wozu brauche ich einen Staubwedel? Sieht fast aus wie ein dicker Pinsel. Ein dicker Pinsel. Ein Staubwedel. Ich geh mal in den Sumpf. Ach. Der Typ nur wieder. Taufliege. Das ist Sumse, die Tauffliege. Meine Hausfliege. Haustierfliege. Fliegenhaus der... Strubenfliege. Eigentlich gehört sie dem Postbiber. Aber ich hab sie schon ins Herz geschlossen. Aber... Sch... Es ist eine wunderbare Nacht hier in Mausmark. Ich liebe seine Stimme. Und genauso wunderbar ist dieses Lied. Ich liebe seine Stimme. Ich mag diese Stimme sehr. Alter Stiefel. Das haben wir ja wachsen lassen. Die haben wir hier offensichtlich offenbar wachsen lassen. Ich weiß nicht. Ähm. Kizune tollt hier auch nicht mehr rum. Gruppe von Tierstatuen. Den kann ich ja auch nix anfangen. Was ist dat denn? Das haben wir verursacht, ne? Genau, das haben wir verursacht. Ich hab das Gefühl, ich muss irgendwie hier auf die Bühne. Oder war ich schon auf der Bühne? Ich weiß es nicht. Warte mal. Staubwedel. Hier komm ich ja nicht rein. Von vorne. Und ins Rathaus komm ich auch nur von hinten. Von hinten. So. Konrad. Oh. Maulwurf am Morgen. Maulwurf am Mittag. Und Maulwurf am Abend. Oh ja. Konrad. Oh. Dein karamellfarbenes Fell. Hm. Wie ein Sahnebonbon. Oh. Oho. Ich glaube, der schläft. Oho. Oho. Kürbisversteck. Hinters Rathaus. Kann ich da irgendwie hin? Ich mag die Musik hier. Schön. So. Gronkh. Was? Ja. Danke für die Torte. Geh schon rein. Ich hab jetzt keine Zeit mehr für dich. Ja. Ich geh mal rein. Kräuterapotheke. Schicker Pilz. Hm. So wie es da riecht, sind in den Töpfen bestimmt getrocknete Gewürze und Kräuter drin. Okay. Kann ich mir den Schlüssel nochmal ausleihen? Ich hab das Uhrenteil über den Schlüssel gehängt. Ist fast nicht zu erkennen. Die perfekte Illusion. Naja. Aber Türen kann man mit dem Ding natürlich nicht abschließen. Ja. Das ist korrekt. So. Die Tür ist verschlossen. Okay. Zu den Zwergen kann ich momentan auch nicht. Beziehungsweise hatten wir das eigentlich schon abgeschlossen, dass wir den Zwergentunnel bekommen. Warte mal. Wo waren das jetzt wieder? Ja. Ich weiß doch. So. Hier. Das Froschteil. Das ist von hinten. Wo hei. Wo hei. Ja. Ähm. Ja. Hallo. Hi. Ja. Ich war vor fünf Minuten. Ja. Ich war vor fünf Minuten auch auf dem Bein. Kalt Wasserbach. Jetzt gerade. So. Ich will in den Dunkelwald. Bis später. Ja, ja. So ist es. Genau. Die Waldzwerge arbeiten gerade. Ach. Ich muss ja hier runter. So rum war das. Äh. Jetzt bin ich wieder hier. Äh. Vorderseite des Zwergenhauses. Nein. Äh. Wanderweg Richtung Mauswald. Weg durchs Gras. Ich muss mir eingestehen. Warte mal. Kanonier hat ja schon Kaffee bekommen. Ich glaube nicht, oder? Was? Was? Wer? Ich bin's. Naja. Aber ich bin trotzdem. Ich bin müg. Eigentlich will ich... Äh, äh, äh. Du bist also... Wie ist denn das... Händen? Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Und... Ich glaube aber, dass das... Okay, ich glaube, wir brauchen, wir müssen, wir sollten ihm mal Kaffee bringen. Ja, Becher Kaffee, Becher Kaffee, Becher Kaffee, Becher Kaffee, so. Okay, das war ein tolles Gespräch, ich habe es mal einfach komplett übersprungen, obwohl es das erste Mal war, dass wir das gemacht haben. Mist, das liegt daran, dass ich schon 87 Jahre nicht mehr gespielt habe. So, Inventar, Kaffee. Sehr gut. Ja, dann trink doch lieber Kaffee Haag. Die Tür ist fest verschlossen, das ist schlecht. So, jetzt hier lang. Und dann dort nach hinauf. So. Und ihm den Kaffee geben. Was, äh, oh, was für ein Duft. Frisch gebrüht. Oh, ja. Oh, ja. Danke. 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 Das sollte jetzt doch ein paar Minuten vorhalten. Aha. Ja, ja. Melde ich dich, treibe dich für die Nachschichten an, sag ich. Nicht in deinem Zustand. Aber wer bin nicht ich und sieht mich jetzt an? Das Feuer des Ehrgeizes in den Augen entflammt. Darf ich jetzt die Kanone benutzen? Niemand darf die Kanone benutzen. Na ja, jetzt bist du ja wach genug, um das Feuer zu stellen. Versuch aber am besten, keine Schäfchen zu zählen. Schäfchen. Hm, warte weiche Schäfchen. Erbste Kugeln. Ja, aus Nordwesten. Ja, mhm, ja, das, äh... Mist. Haben wir eigentlich die Baldrian-Tropfen noch? Nö. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt überhaupt eine... Erbse brauche oder nicht. Warte mal, wo ist denn mein Tagebuch? Mein Tage... Hallo. Mein Tagebuch. So, das ist jetzt schon abgeschlossen, das Gelbe, ne? Am Haus der Walzwerge schweben Löwenzahnsamen im Wind. Wenn man sich nur welche fangen könnte, okay? Das heißt, Löwenzahnsamen... Ach, das sind die Blumensamen. Ah, okay. Die Maus an der Kanone kann sich nachts kaum wachhalten. Schnee und unnatürliche Kälte dringen vom vierten Portalbaum herunter. Okay, das haben wir gemacht. Das haben wir eigentlich auch schon gemacht, aber wahrscheinlich nicht komplett richtig. Ich denke, als nächstes sollten wir uns drum kümmern, dass wir uns Löwenzahnsamen fangen. Dazu hole ich mir nochmal unser gutes Freund, unser gutes Freund, ja? Das Freund. So ist es nämlich heutzutage betitelt. Komplett grammatikalisch richtig. Hallo, Jerry. Du bist aber noch spät auf den Bauch. Ja, lass mich. Zu dir nach Hause. Rückseite des Zwergenhauses. Bitte fahr mit deinem Fahrrad durchs Zwergenhaus durch und setz mich im Hintergarten ab. Ja, tschüss. Ähm. Hallo, Waldschrad? Ich dachte, ich wäre alleine. Schleifst du auch gerne nachts durch die Welt, bewegst dich hinter den Kulissen. Dort finde ich viele neue Geschichten. Ich kenne auch eine schöne Geschichte über die nurischen Blitzwerke, die hier wohnen. Möchtest du sie hüten? Ja. Danke. Meine Geschichten zwischen den Welten finde ich oft seltsames. Splitter von Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind, verlorengegangene Anfänge und Enden. Vielleicht gibt es auch etwas, das du vergessen hast. Vielleicht kann ich etwas für dich wiederfinden. Offenbar war ich gerade lustig oder das Spiel war lustig? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall lacht hier jemand. So, ähm. Ja. Waldschrad. Gut, der hat mir jetzt eine Geschichte gegeben. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, kann es sein, dass die nur tagsüber fliegen. Ich, äh, ich muss mal mein Buch lesen, wie das Flugverhalten von Löwenzahnsamen so ist. Yay. So, okay. Also, die fliegen tatsächlich nur tagsüber. Ich versuch's mal mit dem Haken. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Gut, dann versuch ich's nicht mit dem Haken, sondern mit dem Stock. Ein Stock bringt hier nichts. Ah, Moment, warte mal. Ich hab ja, warte, hier, Gabelzweig. Und, hä. Hm. Ich bin nicht stark genug, um den Ast zu ziehen. Mhm. Okay. Ich bin nicht stark genug, um den Ast zu ziehen. Das stellt mich jetzt, äh, vor ein kleines Problem, weil ich bin's nämlich auch nicht. Und ich bin gar nicht mag. Vielen Dank.